Die eigenen Worte des Mannes waren, sagen Sie dem Herrn Peter Schlemiel, er würde mich hier nicht mehr sehen, da ich übers Meer gehe und ein günstiger Wind mich soeben nach dem Hafen ruft. Aber über Jahr und Tag werde ich die Ehre haben, ihn selber aufzusuchen und ein anderes, ihm dann vielleicht annehmliches Geschäft vorzuschlagen. Empfehlen Sie mich ihm untertänigst und versichern ihn meines Dankes. Ich frug ihn, wer er wäre. Er sagte aber, Sie kennten ihn schon. Wie sah der Mann aus? rief ich voller Ahnung. Und Bendel beschrieb mir den Mann im grauen Rocke, Zug für Zug, Wort für Wort, wie er getreu in seiner vorigen Erzählung des Mannes erwähnt, nachdem er sich erkundigt. Unglücklicher! schrie ich händeringend. Das war er ja selbst! Und ihm fiel es wie Schuppen von den Augen. Ja, er war es, war es wirklich, rief er erschreckt aus, und ich verblendeter, blödsinniger, habe ihn nicht erkannt, ihn nicht erkannt und meinen Herrn verraten. Er brach heiß weinend in die bittersten Vorwürfe gegen sich selber aus, und die Verzweiflung, in der er war, musste mir selber Mitleiden einflößen. Ich sprach ihm Trost ein, versicherte ihn wiederholt, ich setzte keinen Zweifel in seine Treue, und schickte ihn alsbald nach dem Hafen, um womöglich die Spuren des seltsamen Mannes zu verfolgen. Aber an diesem selben Morgen waren sehr viele Schiffe, die widrige Winde im Hafen zurückgehalten, ausgelaufen, alle nach anderen Weltstrichen, alle nach anderen Küsten bestimmt, und der graue Mann war spurlos wie ein Schatten verschwunden. und der graue Mann war.